Es war einmal ein armes, kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben. Es hatte kein Haus mehr, in dem es wohnen, und kein Bett mehr, in dem es schlafen konnte, und nichts mehr auf der Welt, als die Kleider, die es auf dem Leibe trug, und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein Mitleidiger geschenkt hatte. Es war aber gar fromm und gut. Da ging es hinaus, und unterwegs begegnete ihm ein armer Mann. Der bat es so sehr, um etwas zu essen, da gab es ihm das Stück Brot. Dann ging es weiter, da kam ein Kind und sagte, »Es friert mich so an meinem Kopf, schenk mir doch etwas, dass ich da rumbinde.« Da täte es seine Mütze ab und gab sie dem Kind. Und als es noch ein bisschen gegangen war, da kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an. Da gab es ihm seins. Und noch weiter, da bat eins um ein Röcklein, das gab es auch von sich hin. Endlich kam es in Wald, und es war schon dunkel geworden, da kam noch eins und bat um ein Hemdlein. Und das fromme Mädchen dachte, »Es ist dunkle Nacht, da kannst du wohl dein Hemd weggeben«, und gab es hin. Da fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und waren lauter, harte, blanke Taler. Und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben, hatte es doch eins an, aber vom allerfeinsten Linnen. Da sammelte es sich die Taler hinein und ward reich für sein Lebtag. Und das sind ungemal, weilенно die Türkei that ift... Und da war es sich, was von wir spielte Ah� засchen weil es so möchtet. Untertitelung des ZDF, 2020